Es ist eine Schande für Europa, dass man ohne mit der Wimper zu zucken mit jemandem verhandelt, der den Weltfrauentag so feiert, dass er mit Gummigeschossen auf hunderte Frauen schießen lässt. Die türkische Polizei hat am Sonntag eine Demonstration in Istanbul zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Dabei haben die Sicherheitskräfte Gummigeschosse in die Menschenmenge gefeiert. Nicht nur aufgrund des Vorgehens der türkischen Behörden gegen Frauen und oppositionelle Medien ist es kaum angebracht, die türkische Erdogan-Regierung als zuverlässigen Partner zu betrachten. Es ist höchst bedauerlich, ja fast eine Schande, dass seitens der EU das Vorgehen gegen Frauen, gegen freie türkische Medien, gegen die kurdische Minderheit nur halbherzig bemängelt wird, anstatt eine klare Verurteilung auszusprechen. Ich tue das, allerdings ist hier streng zwischen dem türkischen Volk und der türkischen Regierung zu trennen. Ich bin strikt gegen einen EU-Beitritt der Türkei, denn das würde Europa nicht verkraften und die Türkei ist auch kein Teil Europas, es ist angesichts der Menschenrechtsverletzungen, der undemokratischen Vorgehensweise gegen kritische Medien, aber auch dem militärischen Vorgehen gegen Kurden und dem Umgang eben mit den eigenen Minderheiten im Land kein beschleunigtes Beitrittsverfahren gegeben. Im Gegenteil. Ein Vollbeitritt darf nie in Frage kommen. Statt eines Vollbeitritts kann man der Türkei maximal eine privilegierte Partnerschaft anbieten. Keine Visa-Freiheit, keine Milliardenzahlungen von bis zu 16 Milliarden Euro in die Türkei. Wir müssen unsere Grenzen in Europa selbst schützen, das ist unsere Verantwortung. Der nun angestrebte Deal mit der Türkei ist ein Offenbarungseid des Versagens der Europäischen Union. Als Gegenleistung für das Zurückhalten von Flüchtlingen, Visa-Erleichterungen, Milliardenzahlungen und ein beschleunigtes Beitrittsverfahren sozusagen kommt einem politischen Selbstmord gleich. Wer dem zustimmt, der fügt den Menschen in Europa nicht nur einen schweren Schaden zu, der Gefährde der Europa und das ist nicht mehr und nicht weniger als eine Selbstaufgabe auch der Europäischen Union. Die mittlerweile traditionell ohne Einigung abgehenden EU-Gipfel verkommen immer mehr zu einem eurasischen Bazar. Österreich muss wie Ungarn bei weiterführenden Verhandlungen mit der Türkei ebenso ein Veto einlegen. Während ÖVP und SPÖ der Bevölkerung über leere Ankündigungen abermals Sand in die Augen gestreut haben, ist der ungarische Premier Viktor Orbán der einzige europäische Regierungschef, der den Verstand offensichtlich noch nicht verloren hat und der auch mit Mut und Charakter aufgetreten ist. Anstatt Lösungen zur Begrenzung der Massenzuwanderung nach Europa zu bringen, orientiert sich die Europäische Union wiederum an den autoritären Alleingängern der deutschen Kanzlerin Merkel und den Erpressungsversuchen der Türkei unter Erdogan. Die rational nicht mehr erklärbaren Alleingänge von Kanzlerin Merkel lassen die Europäische Union zu einem Vehikel für Berlins Allmachtsfantasien verkommen. Und Österreich duckt sich wieder einmal weg. Wie soll man der Bevölkerung erklären, dass ein EU-Gipfel zur Begrenzung von Zuwanderung jetzt die Visafreiheit für Türken bringen soll und Milliarden in die Türkei gezahlt werden soll? Ich sage, das ist nicht so rechtfertigt. Wir haben dieses Geld zu investieren in die Grenzsicherung Europas. Wieder einmal zeige sich, dass die FPÖ als einzige der heimischen Parteien noch die Interessen der Österreicherinnen und Österreicher vertritt.